Heilöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Turok Dinosaur Hunter. Jo, ups, willkommen zu Schwedern, unsere Freunde. Ja, und die werden auch gleich umgeballert. Oha, jo, der Typ. Ich die hebe jetzt bald mal. Guck dir. Alter. Große Energiezelle. Ja, apropos Energiezelle, wäre vielleicht gar nicht mehr so doof. Wo ist es denn? Äh, hier. Die vielleicht zu nehmen. Wow. Jo, ist echt nicht doof, aber... Ist er in? Jo. Was? Wo gibt's denn wo, ja? Ein Spornling. So. Was? Das heißt, hier weiter. Hoi, hoi, hoi. Gut. Passt. Gut. Gut. Jetzt ist die Frage, wohin? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen halt mal. Ich hab keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich mache. Oh, weia. Ich glaube nicht so recht, oder? Keine Raketen? Großartig. Okay, ich hab mir den noch mal raus. Ist das eine Atombombe? Ja. 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 Es ist eine Atombombe. Schön. Tuh. Hm? Fein. Die hätte ich mir vielleicht aufsparen sollen. Aber nur vielleicht. Da ist so das zum Speichern, okay. Würdest du abnippeln? Noch bitte, bitte? Aber jetzt. Bitte ja. Bitte hier. Alter Schwede. Aha, da geht's weiter noch. Nehmen wir's halt mal, oder? Ich hab keine Ahnung, wo ist da eigentlich wirklich... Wow. Oh, das ist der Weib? Großartig, mate. Es ist zu schonwärt. Jetzt gibt es hier auch noch Krabben Schön Großartig Okay Ich habe keine Ahnung, was ich mache Fällt aber wahrscheinlich gar nicht mal auf Wow Fast Yeah, Rüstung Was? Au Gibst du jetzt bitte her? Der ist nicht gestorben Hast du ein Herz? Nö Die Waffe ist nicht gut Na, mal die Vogel, guck, guck, guck Okay Da könnte man wieder eventuell eine Pakete probieren Jo Und keine blöde Idee Yes I am Tora Da drüben ist noch eine Leben Boah, super Viele Rüstungen Okay, ist das so gesund, wenn ich da ganz runtergehe? Okay, die Leben brauche ich immer Weg zurück raus Gibt es nicht mehr, oder was? Nö Geht nur mehr Ich hoffe, das war richtig Ich habe keine Ahnung Oh, baut es wieder Raketen Äh, Raketen Viecher Ähm Was bitte machst du hier? Ja, ja Ich hau mal ab So, die erste ist weg Die zweite ist weg Die dritte ist weg Meine schönen Rüstungen Boah, ey Viecher Echt Die möchte ich auf jeden Fall gerne alle Minigand Die möchte ich auf jeden Fall gerne alle einsammeln Diese Liebe hier So, ja Ja, und jetzt habe ich keine Ahnung Wie es weitergeht Kann ich hier rauf? Schaut nicht aus Dann kannst du hier weitergehen Äh, nehmen wir die Oh Raketen, die wir nicht mehr brauchen Okay Schön Und jetzt Leben Quartal Noch mehr Leben Noch mehr Leben Mehr Leben Hier rein Ich hoffe Oh, schaut gut aus Ich sehe mit dem Runterspringen hätte ich mich sparen sollen Okay, dann geht's weiter Passt Sehr gut Okay Sieht sich an Das wird ja wieder eine Klappe werden Na Nachbuchen Hier hier hin geraten Ist der Wahnsinn Ist der Klappe Das sage ich ja So So Dann würde ich sagen Hier lang Raketen Äh, Raketen Sag ich Granaten Entschuldigung Aha Ähm Dann ist der hier schon richtig gewesen Der Weg Oh Ruck Jawohl So Das hat sich super ausgezahlt Gar nicht So Hier war's runter Jawohl Dann war's hier rein Ich hätte mir das sparen können Ich voll Ich vollpfosten Naja Wenigstens Jaja Wenigstens habe ich noch Aha Aha Okay Was wollte ich sagen Ich hab's vergessen Das Level hier ist wahnsinnig groß Jaja Ah Passt Erledigt Ist erledigt Na nun Aha Okay Das Herz ist Derweil nix für uns Weil wir voll sind Wie ein Christbaum Dann nehmen wir die da Ah Ich schau genau In die falsche Richtung Warte Ich schau voll In die falsche Richtung Das ist wieder typisch ich Okay So Ein paar Raketen noch Hier in der Kitzelle Brauchen wir nicht Okay Na Ich hasse solche Dinge Ich hasse solche Dinge Und jetzt Ah Na komm Ach Leg mich auf Was ist denn jetzt Schon wieder Rakete Das geht nicht anders So jetzt weg Boah Wo ich ihn schieße Na bitte Jetzt ist er mal Wenigstens irgendwas Ja Das ist gut Komm Jetzt Üpfen muss man können So Dann bringen wir mal Rauf hier So Okay 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 Nehmen wir nix Oh Was bist denn du Fusionskanone Aha Eine Fusionskanone Okay Ist gar nicht wurscht wohin Oder Sand hoch Ich hoffe dass es wurscht ist So Vielleicht mal direkt Oh Wieder aus dem Speichern Ich seh es schon Wow Okay Ähm Ich nehm die Was so ein Glück Ja bitte Speichern Der letzte Freie Platz Noch Bitte Wow Und dann werden wir es überspeichern Wenn es sein muss Und rauf So Ja Passt Aha Natürlich Was denn sonst Ja So geht's Ich hab mir ganz schön viel Leben Weggenommen So Wo ist die Metzda Passt Wie gesagt Der geht nicht Doch sicher Vierfache Raketenwerfen Okay Das war jetzt echt Notwendig Das war richtig Notwendig Puh Okay Das erste Dürrl haben wir schon mal Ich sollte vielleicht Da zurück wechseln Nächstes Dürrl Das schaut weiter weg aus Das schaut weiter weg aus Das schaut noch nach einem Munitionslager aus Und nur Pfeile Mehr nicht Ja dann ist nicht mehr Dann bleibt ja eigentlich nur noch der 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 da Das kommt da drüben bisschen mehr Kummer Passt Den Hammer Okay Passt Weggesamt Rüstung Und weggesamt Rüstung Rüstung Ist toll Dordordoll Noch was Das war's So Beg mit dir Ah Da Shimmer wassup oh ha ah ta before wow ah okay wow wow passt passt so da 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 und hier auch noch was passt stop stop so bam du krippel ich hab auch entschuldigung die Wortwahl aber es ja war so ein erstes oh mein Gott ähm was da hinten auf auf äh 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 ist du watsch watsch roboter ist kaputt das ist immer schön Leben haben wir genug Raketen haben wir genug keine Ahnung wo da jemand auf mich ballern tut ich weiß es nicht was 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 ich brauch die andere Waffe hey sackelpicker da ist noch einer äh 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 ä 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 j okay Haben wir noch jemanden? So, da muss gleich auch noch was. Jo. Ich glaube, das war so recht in Ordnung. Oh, ich freue mich gerade. Was ist denn jetzt? Von Woden, bitte. Da siehst du es oft zu schwer, ne? Oh, ich versuche es mal zuerst oben. Alles zu looten. Passt. Der hat gesessen. Okay. Das war keine Absicht. Wow. Oh! Mann, scheiße! Aber Kontrollpunkt. Ich werde nicht irgendwo anders laden. Vielleicht in die Tütte. Passt. Hey! Vielleicht sind sie jetzt alle hin? Kaputt, kaputt. Schaut gut aus. Ich mag diese Atombombe. Wie hat das schon gesagt? Die ist toll, toll, toll! Ja! Liebe! Plus! Gut. Sehr, sehr gut. So. Aha. Passt alles hin. Ich wollte gerade sagen, ich glaube wir haben alles besiegt. No, haben wir nicht. Da ist noch so ein kleiner Grattler. Der hat die Atombombe überlebt. Okay, die haben wir auch schon alle. Das ist gar nicht gut, wenn hier schon so viel Position ist. Und wir hier alles auftanken können. Das wird wahrscheinlich auf einen Boss hintäuten. Deshalb laufe ich nochmal schnell die Runde ab hier. Warte. Bin ich von hier gekommen? Ja, ne? Nein, ich habe keine Orientierungsprobleme. Um Gottes Willen. Wer sagt denn sowas? Warte, da geht's nicht weiter da drüben, ne? Hier. Oder bin ich von da gekommen? Nein. Das ist richtig gut. Ich will ja noch 23 ankommen! Juii! Und wir müssen... ...da lang! Ja und der ist gespoken, der Alle. Ja und da ist aufgefallen, der Alle. Wer ist auch nur gestolpert, da kann ich's dafür. Wäre so wie ich, einfach nicht geschickt. So, dann da lang. Äh, da, die ist besser. Ui. So, weg die dir. Geht ja. Aha, da geht's rauf, okay. Da geht's auch rauf. Da geht's irgendwo... Glaub ich, ungesund runter. Du, ist auch schon mal... Oje, der war falsch. Fusionsladung. Aha. Rucksack, yes! Aha, die Karate sind wieder da. Das heißt, die mischt ich nach der Möglichkeit versuchen auszuweichen. Jetzt schon. Hm? Hm? Und? Die noch, glaube ich, ne? Komm, komm! Passt. Okay, jetzt der weiter Weg. Äh... 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 Okay... Ja! Boss! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Und... ... Ich bin... Ich bin... Alter, ein überdimensionaler T-Rex. Ich kann es vergessen sagen, ne? Ich versuche gerade vor zweifelnd hinauszuweichen. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ich agiere gerade ein bisschen aus der Verzweiflung heraus. Wow, ich bin zu nah dran. Die Atombombe, ob dies so gescheit ist? Okay. Kann man hier? Ja! Es gibt Munition. Wow, habe ich ein Schwein. Wow, direkt, das laufe ich. Au, au, au. Ich gehe mal etwas höher. Da haben wir auch Munition. Wow, der Boss haben wir aber ganz schön, ne? So gerichtet eigentlich. Jawohl. Ja, wir haben es geschafft. Errungenschutz freigeschaltet. T-Rex. T-Rex. Das war's? Echt? Haben wir es hinbekommen? Oder war das nur einer von vielen Gegnern? Dann würde ich sagen, ich speichere da oben drauf. Habe ich das richtig gemacht? Ich hoffe. Machen wir gleich nochmal. So. Wahrscheinlich einer von vielen Bossen, ne? Wie spät haben wir es denn schon? Ja. Zeit zum Part beenden. Na gut, ihr Lieben. Wir scheinen hier noch nicht fertig zu sein. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.